Die Liebe war nicht geringe, sie wurden ordentlich blaß, sie sagten sich tausend Dinge und wußten noch immer was. Sie mußten sich lange quälen, doch schließlich kam's dazu, daß sie sich konnten vermählen, jetzt haben die Seelen Ruh. Bei eines Strumpfes Bereitung sitzt sie im Morgenhabit, er liest in der Kölnischen Zeitung und teilt ihr das Nötige mit. Die Liebe war nicht geringe, sie wurden ordentlich blaß, sie sagten sich tausend Dinge und wußten noch immer was. Heine? Mörike? Man könnte keinen der beiden nach Lesen dieser Verse als Verfasser grundsätzlich ausschließen. Bei Heine würde die Liebe aber sicher im Gegensatz zu Mörike ein böses Ende nehmen, nicht bei Busch. Sie mußten sich lange quälen, doch schließlich kam's dazu, daß sie sich konnten vermählen, jetzt haben die Seelen Ruh. Busch wählt die aus Lesersicht uninteressanteste Fortsetzung, die man sich nur denken kann. Alles verläuft nach beiderseitigem Wunsch und Begehren und sie heiraten. Und so führte den begeisterten Lesern romantischer und biedermeierlicher Liebeslyrik vor, was normalerweise aus ihrer großen Liebe wird. Bei eines Strumpfes Bereitung sitzt sie im Morgenhabit, er liest in der Kölnischen Zeitung und teilt ihr das Nötige mit. Also ein besonders böses Ende. Der schnöde Alltag. Aus den tausend Dingen, die sie sich einst sagten, wurde das Nötige. Das erscheint ja fast noch perfider als die Geschichten von Enttäuschung und Verrat bei Heine, wobei die Szene doch so viel Behaglichkeit ausstrahlt, daß man nicht das Gefühl hat, eine unglückliche Ehe vor sich zu sehen. Es geht hier letztlich mehr um den literarischen Scherz etwas so uninteressantes zu erzählen, daß die Verblüffung darüber, daß sich das hier einer wirklich traut, es literarisch wieder interessant macht. Untertitelung des ZDF, 2020 –Ton. Untertitelung des ZDF, 2020